Hallo liebe Kochfreunde, ich mache heute PittiPan und hier sind schon mal meine Zutaten. Die habe ich jetzt vorbereitet für eine sehr hungrige Person. Also auch ein Gericht, was man prima als Single machen kann. Und man kann da auch sehr viele Reste verwerten. Man kann zum Beispiel Pellkartoffeln nehmen vom Tag davor, Bratensauce, die übrig geblieben ist von einem anderen Gericht. Man kann das dann mit Butter anbraten. Ich habe aber mein selbstgemachtes Gien natürlich, kommt auch noch mal in einem anderen Video, dass ich dann zeige, wie ich das mache. Und dann habe ich hier Zwiebel in Würfel oder kleine Viertel, nehmen und dann Scheiben daraus schneiden, so Viertelscheiben, gekochten Schinken, Gewürzgurke, Petersilie. Ich habe jetzt TK-Petersilie genommen, weil zu dieser Jahreszeit, wir haben jetzt gerade Januar, habe ich gerade im Garten keine. Und Creme Leger habe ich genommen. Man kann aber ganz normales Creme Fraiche auch nehmen. So und jetzt werde ich gleich, wenn die Pellkartoffeln fertig sind und abgepellt sind, die in Scheiben schneiden und euch dann zeigen, wie es weitergeht und natürlich auch das Endprodukt zeigen. Ich freue mich schon. Hier sieht man schon, ich habe die Pellkartoffeln schon angebraten. in Scheiben und habe die Zwiebeln und den Schinken zugefügt und jetzt lasse ich das noch ein bisschen anbrutzeln, sage ich jetzt mal so. Und ich werde gleich aber auch mal ein bisschen Pfeffer drüber machen. Und dann kommen noch die Gurkenwürfel mit rein und als letztes dann die Soße. Und dann zeige ich, wie das fertig aussieht. Also es duftet schon mal sehr lecker. Also es ist doch eine recht große Portion. Ja, ich glaube, eine Kartoffel hätte man doch noch weglassen können. Also drei hätten auch, hätten es auch getan, glaube ich. Naja, kann ich mich heute satt essen. So inzwischen sind die Gurkenwürfel auch mit drin und etwas Pfeffer. So sieht es dann aus mit der Bratensauce und dem verkwirrten Creme Leveria mit drin. Das brutzelt ja wirklich sehr appetitlich und das duftet sehr schön. Also das kommt jetzt gleich auf den Teller und dann gibt es nochmal ein Bett. Und so sieht dann das fertige Essen aus. Guten Appetit und tschüss bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.